Nie wieder musst du die Blöcke von einem Funnel in einem anderen Funnel 1 zu 1 nachbauen. Wir haben ein richtig cooles neues Feature gebaut, welches ich dir in diesem Video kurz vorstellen möchte. Und zwar, du kennst das, du baust einen richtig, richtig coolen Block in deinem Funnel, zum Beispiel ein FAQ-Block oder sowas, und du möchtest diesen Block in verschiedenen Seiten immer wieder zur Verfügung stellen. Oder du hast andere Benefits-Blöcke wie hier oben, denen du gerne häufiger zeigen würdest, was dein Unternehmen oder dein Produkt so einzigartig macht. Und jetzt hast du die Möglichkeit, hier einfach drauf zu klicken und dann gibt es diesen Button hier, der heißt Block kopieren, du klickst hier drauf, boom, erledigt, gehst auf eine andere Seite, wie zum Beispiel jetzt unser Opt-in-Feld und du möchtest jetzt genau diese Benefits wieder einbauen. Und dann klickst du einfach hier auf Einfügen und baboom, die neue Komponente ist direkt hier. Und das ist das Coole an diesem Feature, das Ganze funktioniert natürlich auch mit Shortcuts, das heißt ganz normal, du kennst die Shortcuts mit Command-Copy, Command-V. Ja, wir wünschen dir extrem viel Spaß mit diesem Feature, denn es wird dir so, so viel Zeit ersparen, dass du einfach jetzt alles hin und her kopieren kannst. Bitte schick uns dein Feedback und wir sehen uns, bis ganz bald. Ciao.